Aber noch einer, oder? Nicht. Was ist mit der Decke los? Fehlen ja Stücke. LOL. Fehlen voll die Stücke von der Decke? Jetzt darf ich in den B rein. Hammergeil. Menschheit ist auch wieder durch die Gegend geschleudert. Die Funktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartung Spezialisten. Oh ne, da höre ich die Viecher ja wieder nicht. Da ist noch irgendwas. Da ist Sauerstoff. So, einmal Sauerstoff. Da muss ich gleich rein. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartung Spezialisten kontaktieren. Ach, da ist ein und der gleiche Raum, wa? Äh, ich muss mich fast beeilen. Äh, kommt so eine fette Murmel um die Ecke gekrochen und man hört sie nicht. Das heißt, die Nebenaufgabe erfüllt. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartung Spezialisten kontaktieren. Ja, ja. Ich muss in die Mitte. Ich muss hier in die Mitte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dann so. War vielleicht nicht die schlauste Methode weiter zu rennen. Oh, da hätt ich reingemusst, wa? Bim, bim. Da wär diese Sauerstoffversorgung. Oh, wat jetzt? Da hinten irgendwo. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. War ich da drin? Nö. Ah. Wieder mal die Toilette. Ah, spuckt mich das Klo oft an. Nö. Ah, falsche Tüme. Ah, ich bin unterwegs. Oh. Alles wieder gut. Ende des Vakuums. Wahrscheinlich nicht. Okay, die Muni brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ach, hier bin ich sogar richtig. Oh, wie viele Karten habe ich denn? Boah, 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 boah. Ah, boah, boah, boah. Ach, boah, boah, boah. Eine Navigationskarte habe ich jetzt. Okay, das Shuttle finden. Tür zum Schlaf. Wo bin ich verriegen? Okay. Zwei Karten muss ich noch finden. Und dann bin ich der Schlaf. Und dann den Shuttle reparieren. Mit den Karten. Irgendwo gammeln hier immer noch diese Viecher mit den Kugeln. Ah. Mindestens zwei war es. Die Viecher gehen mir auf die Prinze. So. Okay. Ah, jetzt bin ich wieder im Startraum. Gut. Das sollte passen. Was war die am Singen? Was war die am Singen? Linke in魁. Wie war die Menschen? Ich nicht. Ich hab mich nicht. Ich hab mich nicht in der Senkung. hier auf die jagd gehen bevor er mich entwischt wir machen heute die große scheißhaustour reinigungsstellen gibt es noch die Zeichen Anzug Level 5 das geht gar nicht was das Laserkanone entfernen Anzug Level 5 wahrscheinlich habe ich jetzt so viel Kohle verbraten dass ich mir nicht leisten kann ein Textlog Was ist das? mit Schwerelosigkeit wie so das hat mehr 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 voll vergessen so das war die zweite karte fehlt nur noch eine karte könnte ich wieder raus ist ja relativ angenehm noch die ganze besatzung gelebt hat relativ wenig unterwegs außer diese kleinen komischen viecher ja klar ich sehe dich gar nicht und dass wir erben sind wir werden auferstehen alles woran wir glauben ist die wahrheit und ihr tod ist nur die erste von dem physischen ablauf dieser transformation abschrecken bald schon werden sie alle physischen über lange abgeschüttelt haben sie müssen das ist es worauf wir gewartet haben hört sie nicht auf sie kommen sie zurück in dieser wichtigen stunde von der kirche abwenden hören sie nicht auf zu glauben was in der kolonie passiert ist ist keine tragödie es ist gottes werfen und einiges fantastischer wir haben auf dem planeten und das ist gottes plan entfaltet und dass wir seine erben sind ach du je kann ich hier betten schieben oder was das ist nur seitlich das ist es man hat wir alle jahre gesucht das ist es nur auf dem Käse jetzt habe ich die auf jeden Fall knut reingeklärt woohu voll das schlaraffenland und ich habe nicht genug inventar aber noch mehr wegschmeißen kann ich eigentlich nicht na komm ich will nicht mitnehmen so wird wie ein Priester der Typ ein Rubin Halbleiter, was will ich damit? ok für den Anzug brauche ich das Luft komm ich jetzt hier weiter ich muss mir jetzt echt meinen Weg zubauen da stehe ich ja total drauf noch mehr Credits was ist das denn wieder für eine scheiße oh jetzt ist auch kaputt ok sicher ist sicher erstmal alles zum ach nafkarte da ist die dritte ja diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr mein Freund bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich aber meine Kreation ist frei wieder geboren in die tosen der Itze des Lebens jetzt wird es Zeit dass sie sich einbringen die war ich bin die die sind die die Vielen Dank.